Musik In dieser Lektion zeigen wir Ihnen ein Beispiel einer etwas komplexeren Titelanimation. Sie haben ja schon die einfache Titelanimation mithilfe von Keyframes kennengelernt und wir werden hier auch mit Keyframes arbeiten, aber ebenso mit Masken, beziehungsweise mit Bildern, die einen Alpha-Kanal haben. Damit Sie aber verstehen, was ich meine, werde ich Ihnen zunächst einmal das Beispiel hier abspielen und danach werden wir nach und nach aufschlüsseln, was ich gemacht habe. Das heißt, der Weg ist eigentlich andersrum, als wir es normalerweise machen, aber keine Sorge, ich denke, Sie werden das auch verstehen. Also, wie Sie gesehen haben, besteht unsere Titelanimation aus insgesamt vier Elementen. Wir haben hier das 30th Century Logo, was hinter dem Horizont hervorkommt. Dann haben wir im nächsten Schritt das Wort präsentiert, was im Prinzip aus unserem Bildschirm heraus reingeflogen kommt. Dann haben wir wieder das Pinnacle Studio, was hier hinter dem Horizont wieder hervorgeflogen kommt. Und wir haben dann hier nochmal Volume 2 genau auf die gleiche Art und Weise, wie das Wort präsentiert, animiert. Das sind vier unterschiedliche kleine Animationen, die mehr oder weniger relativ komplex aussehen, weil wir hier mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Aber genau das ist auch der Reiz daran. Was habe ich also gemacht? Ich habe als allererstes hier ein Bild genommen, und zwar das Bild von dieser wunderschönen Küste. Dieses Bild habe ich in Photoshop, also dem Bildbearbeitungsprogramm, bearbeitet. Wie Sie hier sehen können, ist das Bild einmal als Vollbild verfügbar, das heißt hier im 16 zu 9 Format. Ich habe es dann später auch exportiert, und zwar in 1920x1080, das ist auch die Videoauflösung. Und einmal habe ich es mit Alpha-Kanal exportiert, und zwar genau so. Mit dem Alpha-Kanal bedeutet eigentlich nur, dass alles, was Sie hier in diesem karierten Bereich sehen, durchscheinend ist. Das ist der Alpha-Kanal. Und mit dem Alpha-Kanal können Sie dann am Ende unter Pinnacle Studio unglaublich toll spielen und natürlich auch tolle Effekte hervorbringen. Und genau das möchte ich Ihnen dann auch zeigen. Wenn das jetzt ein bisschen schnell ging und Sie Photoshop noch nicht verstehen, ist das nicht schlimm. Wir werden in den nachfolgenden Lektionen noch sehr viel mit Photoshop arbeiten. Und genau so ein Beispiel werde ich Ihnen auch zeigen. Denn was Sie hier machen müssen, ist diese Landmasse ausschneiden. Und das Ausschneiden, das machen Sie hier mit diesem Ausschneiden-Werkzeug, indem Sie einen bestimmten Bereich markieren. In dem Fall habe ich alles, was Landmasse und natürlich auch Wassermasse ist, markiert und den Himmel dann letztendlich ausgeschnitten bzw. andersrum gemacht. Was ich dann gemacht habe, ist einmal das Vollbild exportiert. Dazu gehen Sie einfach auf Datei. Dann gehen Sie auf Speichern unter. Und hier ist es wichtig, speichern Sie am besten alles als PNG-Datei ab. Hier sehen Sie einmal das Vollbild. Dann sehen Sie die Datei Alpha-Kanal. Dazu habe ich ganz einfach nur das Vollbild ausgeblendet und ebenso den Text. Und habe dann nur hier das Bild mit dem Alpha-Kanal entsprechend als PNG-Datei abgespeichert. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. PNG sichert Ihnen, dass der Alpha-Kanal auch erhalten bleibt, auch wenn Sie es später dann in ein Videoprojekt importieren. Denn dieser Alpha-Kanal ist wichtig für unsere Animation gerade in Bezug auf das Logo und diesen Schriftzug. Was ich dann gemacht habe, ist in einem dritten Schritt den Schriftzug entsprechend exportiert. Denn dieser Schriftzug Pinnacle Studio, den habe ich hier in Photoshop erstellt. Sie können jeden Schriftzug natürlich auch unter Pinnacle Studio selbst erstellen. Aber dafür haben wir ja die beiden anderen Schriften. Und nun zeige ich Ihnen einmal, was ich im Videoschnittprogramm gemacht habe. Denn Sie gucken jetzt hier einfach mal auf die Running Order der Spuren. Auf Spur 1 liegen unsere Texte, die in das Bild eingeflogen kommen. Die liegen quasi über allem. Die sind immer ganz vorne zu sehen. Auf Spur 2 liegt unser Bild mit dem Alpha-Kanal. Wenn ich jetzt mal alles ausblende, sehen Sie, wird der Alpha-Kanal schwarz, weil da ja nichts ist. Wenn ich jetzt aber beispielsweise das 30-Century-Logo einblende, was dahinter liegt, sehen Sie, das 30-Century-Logo wird sichtbar, aber nur in dem Bereich, wo der Alpha-Kanal ist. Das bedeutet da, wo zuletzt eigentlich unter Photoshop eben genau diese Bereiche hier zu sehen waren, diese karierten Bereiche. Blende ich jetzt mal Spur 4 ein, sehen Sie den Himmel. Das liegt daran, dass der Himmel, beziehungsweise das Vollbild, ganz unten liegt. Und natürlich decken sich Alpha-Kanal und Vollbild, sodass es aussieht wie ein einziges Bild. Und das ist auch der Grund, warum das 30-Century-Logo so ganz einfach hinter dem Horizont hervorkommen kann. Genau das Gleiche habe ich auch mit dem Pinnacle-Studio-Schriftzug gemacht. Aber zunächst einmal zeige ich Ihnen, wie ich das 30-Century-Logo animiert habe. Dazu machen Sie einen Doppelklick auf das zu animierende Objekt. Und was ich verändert habe bei dem 30-Century-Objekt, ist eigentlich nur, dass ich hingegangen bin und einmal die Keyframes so gesetzt habe, dass das Bild nicht mehr zu sehen war, das 30-Century-Logo. Und später habe ich dann die Keyframes so gesetzt, dass das 30-Century-Logo so ganz leicht nach links wandert, aber auch nach oben. Ich habe also einmal horizontal mit Keyframes animiert, aber auch einmal vertikal. Das heißt, ich habe beide Werte verändert. Bei dem Pinnacle-Studio-Schriftzug bin ich ein bisschen anders vorgegangen. Da habe ich die Order, also das heißt die Ordnung der Spuren, zwar genauso gemacht, aber hier, wenn ich einmal da draufklicke, sehen Sie in den Eigenschaften, habe ich eigentlich nur einen Wert verändert, und zwar den horizontalen Wert. Das liegt einfach daran, dass Pinnacle-Studio, dieser Schriftzug, keine Bewegung von links nach rechts macht. Gut, so habe ich alles gemacht, was sich hinter dem Horizont abspielt. Und das ist natürlich immer wieder ein toller Effekt. Da fragen die Leute dann auch immer und immer wieder, wie haben sie das gemacht? Genau sowas werden wir im Verlauf des Lernkurses nochmal erarbeiten, mit einem Bildobjekt. Jetzt geht es aber darum, wir haben hier diese Schriftzüge. Also einmal dieses Präsentiert, und genau dieses Präsentiert, das habe ich einfach nur hier mit einem Preset oder einer Vorlage unter Pinnacle-Studio erstellt. Wenn Sie hier einmal auf die Titel gehen, dann haben Sie die Auswahl von ganz, ganz vielen verschiedenen Textvorlagen. Ich habe mir einfach hier diesen Text genommen und in meine Timeline gezogen, genauso wie ich es nun auch mache. Dann steht da allerdings Your Text hier, das heißt, ich soll da einen Beispieltext reinschreiben. Wenn ich einmal einen Doppelklick auf diesen Text drauf mache, dann sehen Sie, kann ich das Ganze hier ein bisschen individualisieren und verändern. Das heißt, ich markiere mir das Ganze und sage einmal Präsentiert und nicht Your Text hier. Jetzt gefällt mir aber noch nicht die Schriftart, denn 30th Century hat eine ganz eigene Schriftart. Und genau die möchten wir jetzt einstellen, die können wir hier auch suchen. Die ist nämlich Orbitron. Und ich bestätige das Ganze einmal mit OK. Und Sie sehen, wir sind gleich bei der Schriftart von 30th Century. Nun passt natürlich dieses Gelb-Orange wirklich sehr gut. Allerdings ist es nicht das Gelb und Orange von 30th Century. Und hier muss ich noch die Oberfläche ein bisschen bearbeiten. Ich gehe also auf Oberfläche 2. Hier sehen Sie dieses Gelb und das Gelb, das muss sich etwas verändern. Nun könnte ich mit diesem Gelb entsprechend mit der Pipette mir das Gelb von dem 30th Century Logo, was man im Hintergrund sieht, einmal markieren und sage OK. Und dann wird das entsprechend angepasst. Ich könnte mir hier aber auch einen Gelbton raussuchen, wie Sie möchten. Genau das Gleiche mache ich mit der anderen Oberfläche auch. Ich gehe hier einmal auf die Farbe drauf, wähle diese Pipette an und da brauche ich das Orange. Dann nehme ich einfach mit der Pipette das Orange von dem C von 30th Century, was man im Hintergrund sieht. Und schon sage ich Anwenden und das Ganze wird entsprechend für dieses Objekt übernommen. Sie können dann auch einige sonstige Änderungen machen. Sie können die Unschärfe und die Deckkraft des Randes bestimmen und den Versatz. In dem Fall habe ich aber alles gleich gelassen. So können Sie aber Ihre Texte bearbeiten. Sie bestätigen das Ganze einmal mit OK. Und es wird folgendermaßen übernommen. Animieren müssen Sie in dem Fall nichts mehr, denn, und genau das wollte ich Ihnen auch zeigen, wir arbeiten hier mit einer Vorlage, die ist bereits animiert. Das heißt, 30th Century arbeitet mit dieser Animationsvorlage, was natürlich wunderbar ist. Das bedeutet, wir haben einmal eine komplexe individuelle Animation mit Hilfe von Alpha-Masken, mit Hilfe von verschiedenen Effekten und unserem Logo bei Keyframes animiert. Und einmal haben wir dann entsprechend diese Worte, die drüber liegen, als Vorlage genommen. So haben wir Vorlagen mit dem, was wir können, mit Keyframes kombiniert und daraus eigentlich ein tolles Intro geschaffen.